Yo, meine Freunde, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute war ich mit einer goldenen fucking Flatline-Field unterwegs. Kein Witz, ich habe eine goldene Flatline gefunden. Ich wusste noch nicht mal, dass es eine gibt in Season 10, weil ich immer zu faul bin, die Patchnotes zu lesen. Ja, und wer meinen Kanal schon länger verfolgt, weiß genau, ich bin ein riesen Flatline-Fan. Eine meiner absoluten Lieblingswaffen, ein richtig nicer Allrounder. Und ich habe mit dieser Waffe so krank rasiert, ob es daran liegt, dass sie Gold ist. Ist sie dadurch wirklich besser? Ich weiß es nicht. Vielleicht Psychologie? Keine Ahnung. Schreib mir auf jeden Fall jetzt gerne schon mal in die Kommentare, was du von der Flatline hältst. Ob du die gerne spielst oder ob du schon mal eine goldene gefunden hast. Und bevor wir loslegen, wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann lass mir da auch jetzt gerne schon mal auf Ehrenbasen ein kostenloses Abo hier auf YouTube da. Dann wirst du immer wieder benachrichtigt, wenn euer Content von mir kommt. Und dieses Gameplay ist übrigens wie immer in meinem Livestream auf Twitch entstanden. Ich bin fast jeden Abend ab 19 Uhr live auf Twitch. und ich würde mich mega freuen, wenn du Bock hast, mal vorbeizuschauen. So, Freunde, ich würde sagen, genug rumgelabert und ab geht's ins Game rein. Ich weiß nicht genau, wo sie kämpfen. Oh, da oben ist noch einer. Junge, an die Waffe. An die Waffe. Let's go. Da revivet noch jemand. Was geht hier ab? Alter, der ist... Oh, geil. Wer schießt denn da noch? Wer schießt denn da noch? Oh Gott. Oh Gott. Freunde, ich muss... Ich muss kurz AFK. Kein Witz. Bis gleich. So. Da bin ich wieder, Freunde. Sorry. Es tut mir leid. Ich musste tatsächlich an die Türe gehen. Oh Gott. Bin ich noch im Spiel? Habe ich noch Sound? Ich habe keinen Sound mehr. Habe ich das Headset ausgemacht? Oh mein Gott. Freunde, wir sind noch da. Sorry, I'm back. Ich musste tatsächlich noch zur Türe gehen. Es ist noch ein Paket. Seit zwei Tagen sollte das zugestellt werden und ist nie gekommen. DPI ist... Oh Gott. Okay. Seit zwei Tagen sollte das zugestellt werden mit DHL und ist einfach nicht gekommen, dieses scheiß Paket. Und da sind Sachen drin, die ich für den Urlaub brauche. Alter, Fresh Prince. Vielen Dank, mein Alter. Fünf Monate. Kuss, kuss, kuss. Und jetzt hat er tatsächlich noch... Meine Freundin war gerade mit dem Hund draußen und ich höre es an der Türe klingeln. Ich denke, die geht eh zur Türe und macht auf. Macht die nicht auf. Jetzt musste ich echt noch schnell flitzen. Der Typ war schon weg. Ich musste kurz zum Hausflur raus. DHL Express und dem noch kurz hinterher rennen und dieses scheiß Paket annehmen. So. Äh, gut. Muni brauche ich noch. Hahaha. Hahaha. Die braune Lokomotive. Ich kenne auf. Nein, tatsächlich nicht. Ich musste tatsächlich dem Typen noch bis vor die Türe hinterher rennen. So, Muni brauchen wir. Ich dachte, du hattest eine schnelle Gassi-Gehen-Runde gemacht. Nein, alles gut. Oh Gott, ich komme. Haltet durch, Freunde. Wo sind die? Wie weit sind die Mates gerannt? Ja, ich habe den schon zweimal klingeln gehört. Leute, ich dachte, warum macht meine Freundin nicht auf? Oh, bitte. Die Runde müssen wir gewinnen. DHL, klar, abends um 10. Ja, DHL Express. Sollte eigentlich bis 22 Uhr zugestellt werden. Oh Gott, ich komme, ich komme. Ehre, dass du es bekommen hast. Ist so, Fülle. Das sollte, Dienstag sollte es schon zugestellt werden mit DHL Express. Zustellung bis, oh Gott, nein. Zustellung bis 22 Uhr. Junge, der ist One-Shot. Kannst du mal bitte sterben? Oh Gott. Drei Schuss noch. Uff. Let's go. Oh, er hat sich selber auf. Einfach mal den kompletten Squad noch weggeholt. Yoga. Uff. Okay. Weiter geht's, Freunde. Nö, ist nicht besser als meins, oder? Warte, meins hat 100. Ja, nehmen wir mit. Die braune Lokomotive. Ich glaube, ich bleibe bei Flatland. Die hat mir gerade Glück gebracht. 22.14 Uhr, komm, noch ein Paket. Ist da, Tom? Sie hast noch nie Express bestellt. Kannst du bei Amazon Abendzustellung auswählen. Und die liefern dann bis 22 Uhr, wird zugestellt. Und ich hatte es Montag noch aus Frankfurt bestellt. Alter. Okay. Haben wir noch den kompletten Squad geholt, Mann. Ich kacke ab. So, Body Shirt. Chili Schoten Wegefeuer. Ich höre mich an die Grönemeyer. War das nicht von einer KIZ-Phrase? Ich brauche fucking Heavy-Armor, Mann. Ich brauche fucking Heavy-Armor. Ching, 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 ching. Oh Gott, es geht weiter. Ich brauche Heavy, Mann. I need Heavy, guys. I got no ammo left. Oh, da ist Heavy. Nice. Nice. Mit Mastiff und Flatline, lobe ich mir. Jetzt haue ich ein bisschen Heavy. Ching, ching, ching. Ich bin nicht mehr Kill Leader. Ich bin da nicht mehr Kill Leader. Alter, wenn wir die Runde jetzt noch holen. Oh, da ist noch ein bisschen Heavy. Jawohl, jawohl. Auf wen hat er, also wer hat denn da geschossen? Also goldene Flatline switchert ganz gut durch, so. Gehen wir in die Turbine rein oder gehen wir oben lang? Ich weiß es nicht. Wenn kommt es weg, muss selber Gassi gehen jetzt. Ching, ching, chung, ching. Ching, chung, ching. Die Kommentare, Alter, Beste. Da fuck mal lang. Junge. Jetzt muss ich die komplette Runde nochmal laufen. Ja, mein chinesisch Freund und ich mach das Lied immer an, um ihn zu nerven. Versteht der, was da gesagt wird? Chinesisch ist ja nicht gleich Chinese. Es gibt ja Mandarinen und Kantonis. Und die sind tatsächlich beide sehr unterschiedlich. Ich schmeiß einfach mal auf, gut Glück, Nails. Einfach mal auf, gut Glück, die Nails. Ich hab noch genug in der Flatline drin. Die sind auf jeden Fall erstmal zurückgefallen. Alter, die werden getird-party'd. Ah, they're in a sandwich. Let's go. Ah, zwei Scots. Junge, nicht sterben. Auf dem Dach ist einer. Oh, warte, ich hol unseren Maid auf. Ich muss mal Lifeline spielen. Ich muss mal Lifeline spielen. Alter, was geht hier ab? Goldene Flatline. Fick dein Leben. Also, fuck mal Lifeline. Nimm die Waffe, Junge. Er hat die Waffe nicht genommen. Er verarscht mich doch. Er verarscht mich doch. Das ist doch nicht sein Ernst. Er hat die Waffe einfach nicht in die Hand genommen. Er hat die Waffe einfach nicht in die Hand genommen. Er hat die Waffe nicht in die Hand genommen. Und das kostet mich fast das Leben. Er hat einfach die Waffe nicht genommen. Boah, hätte ich doch bloß eine Bat. Hätte ich doch bloß eine fucking Bat. Alter, das wäre ein Easy-Kill gewesen. Ah, aber meine Maus hängt an der Tastatur fest. Junge, so nicht. Ich brauche die Ammo. Ich brauche die Ammo mal. Wie viele sind denn da noch? Zwei Squats nur noch. Zwei Squats nur noch. Ich muss looten gehen, aber dring. Hier ist doch irgendwo jemand. Zwei Squats nur noch freuen. Ich sage euch, wir holen jetzt noch einen richtig geilen Win. Ich brauche heavy, Leute. Ich bin aus der Ammo. Oh, nice. Nice. Und ich brauche Bats. Wenn ihr eine Batterie habt, bitte. Thanks, mate. Alter, die geht ja so ab, die goldene Flatline. Es ist doch nicht mehr normal. Es ist doch nicht mehr normal. Irgendjemand hatte ihn hier doch genockt. Es muss ein Solo-Spieler gewesen sein, oder? Da ist das Gameplay, das sie in Urlaub überbrückt. Safe. Nice. Thanks, mate. And now let's get a win. Care-Package? Replicator, on its way down. Da ist noch mehr heavy. Ah, Mann. Ich will die Nate nicht. Ich will die heavy. Stinkebirne. Ist das Package noch da? I think someone opened the package. Ja, ist off. Ich weiß auch nicht mehr, wo es runtergekommen ist. Yeah, there must be one squad. Okay, das sind die letzten Squads. Ah, let's play this smart. Nicht das Sandwich sein. Warte mal her. Alter, seine scheiß Triple Take trifft halt einfach nix, ne? Er trifft halt nix mit seiner Müll-Triple Take. Letzte Rotzwaffe. Ah, let's stay here till we, uh, got a good view where the last squads are. Oh, Freunde. Der trifft nix. Triple Take ist einfach richtig scheiße, Mann. Geht ab wie ich mit's Katze. Oh, Junge. Oh, Junge. Ah, they're fighting. Let's get in there. Gut, Alter. Jetzt die Third Party. Jetzt die Third Party. Alter, ich hab acht Kills auf 1000 Damage. Du kannst das hier nur verkraften, wenn du süß. Okay, einer ist schon tot von dem. Guck mal da. Noch einer tot. Last squads. Let's go. Sure. Ah, Revenant Old, be careful. Da unten. What the fuck? Junge, du bist tot. Du bist so tot. Nice. GG, guys. Wuuuuh. Wuuuuh. Fliegenprinzess. Das ist dein, äh, Lifeline-Win. Ehre, Alter. Ehre. Alter, 1400 Damage nur, aber neun Kills. Es war wirklich noch eine schöne Runde. Aber goldene Flatline? Habt ihr schon mal die goldene Flatline gefunden? GG. Also wirklich, ich wusste nicht, dass es eine goldene Flatline gibt. Wenn du die schon mal gespielt hast, sag ihr. Zerang. Halt, 우와. Guck dir, dich kommst zu�. Aber sieien noch nicht. Sagen in Jungs Rotline. Los翔 Radio. Bis zum nächsten Mal.